Der Vorwurf der Geldwäsche kann den Ruf eines Unternehmens auf Jahre hinaus schädigen. Niemand will Geschäftspartner, die in kriminelle Machenschaften oder sogar in die Finanzierung von Terrorismus involviert sind. Per Definition ist Geldwäsche die Einschleusung von illegal erwirtschafteten Geldern in den legalen Finanz- und Wirtschaftskreislauf. Dadurch erhalten die Gelder den Anschein der Rechtmäßigkeit und können nicht mehr mit Verbrechen in Verbindung gebracht werden. Geldwäsche ist strafbar. Nach deutschem Recht wird Geldwäsche mit Strafen von Bußgeldern bis hin zu fünf Jahren Gefängnis geahndet. Das Geldwäschegesetz regelt sowohl die Strafverfolgung als auch die Prävention dieser Straftat. Als Mittel der Strafverfolgung bekämpft das Gesetz die Einschleusung von illegalen Geldern in den legalen Geldkreislauf. Das soll zum Beispiel die Finanzierung des internationalen Terrorismus verhindern. Bei der Prävention von Geldwäsche sind auch Sie gefragt. Halten Sie sich an die vorgeschriebenen Sorgfaltspflichten. Dieses Training deckt alle relevanten Bereiche der Compliance ab. Darunter fallen die Themen Arbeitssicherheit, Datenschutz, Preisabsprachen, Korruption, Geldwäsche, Gleichstellung und viele mehr. Ihre Lekturio Compliance Academy bietet Ihnen das kompakte Mitarbeiterbasistraining, das umfangreiche Training für Führungskräfte und die Online Compliance Academy mit Ihrem Firmenlogo als Lernumgebung. Schützen Sie Ihr Unternehmen vor Compliance-Schäden. Einfach, umfassend und effektiv. Einfach, umfassend und effektiv. Sein Einfach, umfassend und effektiv. Hier ist die